alli hallo und willkommen zurück zu einer weiteren folge 7 days to die auf tour mit jule die ganze zeit zombies und sträucher kaputt fährt nur sträuche ich habe keinen zombie mitgenommen ich bin extra vorsichtig gefahren wir gucken zurück so ja wir sind auf dem weg zurück nach hause ja könnte es auch ein stück weiter links fahren da wäre eine straße ich weiß ich weiß okay hat einen grund warum du jedes gestrück fährst oder ja eben einmal ganz kurz angehalten und die sind direkt zu dieses sprinte das fand schon irgendwie interessant ja ja das machen die gern haben die aus auto eingeschlagen ich habe bücher gefunden hase zwei stück im fahrzeug die elektricke traps schön kann sie selber lesen ich nicht ja ich habe sie ja voll sie ist einfach nur durch die wüste gefahren ja was schon talent hauptet ein bisschen die arme ach die arme am arsch ja dann lese ich die bücher jetzt beide ja kannst du beide lesen das vergleich zwei stück drin waren schön ich brauche mir den sprit lass mich in ruhe er auch lockt die ganzen zombies an der alarm ist losgegangen ich lege bei dir auch mal gleich ein alarm los indem ich einfach wegfahre ja du fährst dafür nicht fahren doch 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 du darfst fahren ich darf nicht warum darfst du nicht fahren ich kriege auch mal geschimpft wenn ich fahre ich muss aber schlecht fahren und alles mitnehmen und deswegen fahr ich nicht mehr ach so ja quatsch ist doch nicht alles mit bisschen aber nicht alles wir haben auch ganz viele tolle kommentare gekommen echt ich habe kaum noch gelesen was habe was was für viele tolle kommentare kam denn ja irgendeiner hat geschrieben wir müssen uns stahlrohre bauen stahlrohre ja die zombies darüber laufen zu lassen irgendwie sowas ja hat irgendeiner geschrieben naja und dann gab es relativ viel lob für den bunker das bunker projekt das ist ein bunker projekt ist ja dein bunker projekt du hast so die idee gehabt du hast angefangen zu zeichnen und zu machen und zu konstruieren und zu planen ja ich habe damit nichts ich bin nur ausführendes organ ausführendes organ ja ich mache nur du sagst ja los krägert du musst da hinten abbuddeln ok 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 cheffe ok cheffe ich krägert los nimm die nimm die bohrer los los weiß ich nicht wie viele kein anderer name ein für einen arbeiter aus vielleicht mazedonien oder so weil ich bin ja hilfskraft ich bin gastarbeiter arbeiter aus mazedonien regor aus mazedonien oder so ein dachschaden ja irgend sowas ne ne horde geil ich habe keinen sack fallen lassen kommen die uns auch noch entgegen wie krass säcke die dabei haben sie trüste ich kann nichts mitnehmen also ein bisschen was konnte ich mitnehmen so ein buffi für dich bei ring hat der im sack war ring gut ja kann ich uns demnächst drohnen bauen geilo ich habe auch noch eins drin und hier ist dann noch was für dich denn und hier sehr gut mega nice naja es gab relativ viel viel lob für unser großes bauprojekt die leute mögen dass wir diese große sachen bauen also einige haben halt auch geschrieben der originalbunker dass die zombies da durch den keller gelaufen sind ja ich weiß der sieht nicht aus wie das original der sollte ja auch gar nicht das ist doch auch gar nicht so wir wollen doch keine 1 zu 1 kopie machen wir wollen unsere 1 zu 1 kopie nicht das ist halt die treppe und und das habe ich nicht gesehen ich habe auch nichts gesehen aber das muss so ein großer stein gewesen sein die treppe und grob der grundriss von dem hauptgebäude sind ziemlich gleich ja wir haben aber auch gar kein keller ich habe kalt auch keinen ich wollte auch keinen bauen also ich meine würde sonst ja auch noch länger dauern aber er ist ja auch noch nicht fertig also ich glaube du kannst doch liegen die leitbank das ist ein baum ich bin ich nicht gegen gefahren ich weiß ich weiß doch nicht gesagt dass gegen gefahren ist die hier doch einfach mal mitgenommen was geht ja dass wir erstmal leer machen gehen ja so allgemein allgemein da hinten ist es ein bauprojekt unser bauprojekt außer ein paar stühle in die händlerkiste rein hier dass das das schockstabteile können da rein das buch das lagringteile und die kohle singen oder auch gleich aber gerade nicht am start ich habe noch eine vierer stahl schaufel übrig kannst du die noch brauchen oder aber ich habe eine sechser eisen alles gut ich mache sie mal in die händlerkiste rein ja machst du doch ja genau so ich habe auch noch eine sechser stahl schaufel die sorgen der händlerkiste ich weiß ich weiß was du damit machst so teile ich weiß was ich noch mehr stühle macht die stecken du bist sehen die blöden dinge da die sollen in die schmieden zum verheizen zubehör bier mache ich immer hier in die pillen kiste ja alles klar das mittel die sieht unten in die essens geschmeiß rausgefähr ich sortiere gerade um die schmieden so was man nur weg reisen da rein man gehen mit dem auto es ist immer noch halbvoll die kiste krass echt viel gelootet so mod 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 säure gammelfleisch plastik ich packe mal die ganzen batterien zu elektro ja weil kein platz mehr machen sie das teile also teile hat schon rausgebracht die munition weg bringen und zubehör glaube ich steigt bald um auf stahlpfeile so kann es ja machen rot noch eine batterie hier in die händler kiste packe ich deine schatzkarte ja die würde ich schon gerade lesen jetzt auch so benzin noch mehr batterien kacke ja pack die bei elektro rein weil zu viel ist ja ich bin ja schon dran so das noch da rein mich jetzt noch hier rein sortieren bei waffen packe ich mal das sturmgewehr mit bei zwei ja so dann habe ich hier ein bisschen was für die essens box ein bisschen was für die trinken box und ein bisschen was für die pillen box so dann gehen wir noch mal zum auto da sprintet ein hirsch über die hauptstraße der will noch schnell was einkaufen ja ich glaube auch ach man ich bin manchmal echt zu blöd hier drüber zu springen das gibt es doch nicht warum springt der denn manchmal nicht hier das habe ich ganz oft manchmal springt meiner auch nicht keine ahnung wieso so habe ich denn hier noch habe ich noch eine batterie nein aber motoren noch mal relativ viele das ist gut das 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 räder haben wir schon 13 stück so so ähm den blasebalg wo packe ich denn den bei werkzeug naja genau oder das ist eine gute idee ok lehmsand ölschieber achso zement haben wir auch noch ähm das waren wir teilen ja militär warum auch immer äh schießpulver ah ok so die schneebälle wo mache ich denn die bei trinken oder was ja die müssen bei trinken rein da müssen wir bei gelingen hat mal schnee besorgen ja ein paar smoothies sind ja noch da so jetzt haben wir eine ganze reihe voller messbecher das müsste für ein anfang reichen so und äh anderthalb reihen verbände können wir uns mumifizieren mit den ganzen verbänden sehr schön sehr schön sehr schön naja sehr schön sehr schön sehr schön und umlaufen wie so zwei mumien sehr schön so ok Okay, dann lass doch mal gucken hier, wie sieht das an der Benzinfront aus. Schau mal den hier mal auf. Gehe ich die Karre mal tanken. Die ist jetzt auch leer. Sehr gut. Achso, keine Mod ab. So, was machen denn unsere, ich wollte gerade sagen, Benzinmischer, aber es sind ja Zementmischer. Benzinmischer, wie ich sage, jetzt gerade drauf kam auf den Namen. Keine Ahnung. So, guck mal hier, das sind doch schon wieder. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn tausend Peton. Das ist doch schick. Wie viele Steine haben wir denn hier noch? Wir haben noch tausend Pflastersteinwürfel. Das ist nicht schlecht. Ja, passt. Sollte für den Anfang mal genügen. Da oben ist ja auch noch Stein drin. Neben haben wir auch noch. Ich würde vielleicht mal noch einmal Sand anschmeißen, 6000. Mach mal. Kannst du auf jeden Fall, ja, kannst du auf jeden Fall, ähm, hier müssen wir mal Blei anschmeißen. Ja, ich kann ja mal ein bisschen einschmelzen. Das ist ja jetzt überall noch ziemlich viel Stein drin. Ich würde, ähm, den Stein jetzt mal rausnehmen. Weil hier sind auch noch eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehntausend Zement fertig schon in den Kisten. Und dann würde ich in die Schmieden mal teilweise auch, weil die eh voll mit Stein sind, ähm, da könnte man mal nochmal Eisen und Lehm reinpacken. Ja, mach ruhig, tausch mal raus. Kannst du nebenbei nochmal gucken, wie es an der Munitionsfront aussieht. Ja. Das muss ein paar Eisen besorgen gehen. Willst du denn hier vorne die zwei Schmieden nutzen für andere Sachen? Ja, Blei und so, ja, ich, genau. Dann nehme ich hier hinten die vier Schmieden und pack da überall Eisen rein und Lehm. Okay. Ich würde wieder Kohle vergessen, so eine Schweinerei. Bändig vergesse ich wieder Kohle. Wie konntest du nur? Ja, das ist echt grauenhaft. Oh, geht nicht, ne? Ne. War das gerade für ein Geräusch? Äh, kann es da lernen um. Das hat sich irgendwie angehört, da hat er gerade irgendwie ein Glas umgerührt oder so, irgendwie, weiß ich nicht. Ja, so, so klingt das auch. Kann ich dir was geben? Gleich? Ja, 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 ja. Kannst du rausschmeißen. Ach, ich war mal Jennys Schatzkarte. Danke. Könnten wir mal so. Okay. Also Lehm haben wir auf jeden Fall gerade noch genug. Aber uns geht das Eisen aus. Ja, okay. Weil wir brauchen ja auch noch relativ viel Stahl. Ich würde vielleicht mal gerade den Schatz jetzt buddeln fahren, schnell. Ja, mach mal ruhig. Ich hole mir mal noch was zu essen, was zu trinken mit. Mal gucken, was noch so da ist hier. Genug. Oh, Schämsuppe. Genug. Ja, bediene dich. Also da ist eigentlich alles vorbereitet. Vorher nehme ich hier den leckeren Kürbiskuchen. Ich nehme die Schämsuppe. Ich nehme mal fünfmal Schämsuppe mit. Ja. Ich habe noch einen Kaffee und dann habe ich natürlich den ganzen Beton in der Tasche. Brauchst du den Beton? Nö, gib her. Ich ressorte hier ein. Gib her. Ich kann ja auch selber einsortieren. Okay, nee, der sein könnte, dass du gleich los willst. Es wäre ja kein Problem. Ja, fast zwei Reihen voll hier unten mit dem Beton. Ja, dann fahr ich mal gerade den Schatz ausbuddeln. Und wo müssen wir denn hin? Da lang. Ich bin nicht so weit. Hui, hier war unsere Mine. Da bin ich gerade fast reingefahren mit dem Motorrad. Das wäre schlecht. Wenn wir noch gerade so die Kurve bekommen. Lieber Mann. Da bin ich gerade für eine Rauchwolke. Vielleicht ein Pack. Vielleicht war das wirklich ein Pack. Da war gerade so eine kurze, kurzzeitig so eine Rauchwolke, wie bei so einem AirDrop, weißt du? Vielleicht ist der im Boden geglitscht oder irgendwas. Aber nur ganz gut. Er wurde auch nicht angezeigt auf der Karte. Ganz merkwürdig. Einer, drei, Straß. Was ist das hier für ein scheiß Gelände hier? Das ist ja total hügelig hier. Ich bin hier nur am hüpfen, ne? So, 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 äh, uneben ist er hier. Kommt hier auch noch ein Berg? Was ist das hier denn für ein Scheiß? Ich versuche mal hier, den Berg hochzukommen. Ne, das geht nicht. Irgendwie außenrum fahren. Das sieht so aus, als wäre ich schon fast da, aber ich bin nicht da. Okay. Ja. Das sind nur noch 120 Meter, aber irgendwie ist hier... Da unten liegt ein AirDrop. Hier direkt beim Schatz, den gehe ich schon gleich bei Gelegenheit noch holen. Mann, Mann, Mann. Das ist aber auch duster hier, ne? So. Okay. Na dann, buddeln wir uns mal schnell zum Schatz. Fällt mir ein, ich habe, glaube ich, noch drei Skill-Punkte. Okay. Ich habe noch gar keine Gedanken drum gemacht, wo ich die rein investiere. So, aber eigentlich... Ach nee, Beton haben wir ja genug, sehe ich gerade. Ja, 10.000, also das ist schon einiges, ne? Ja, das passt. Und wir haben auch fertige Pflastersteinwürfel, richtig viele. Also wir könnten auf jeden Fall noch einiges. Wir müssen ja auch noch ein bisschen was nach oben bauen. Besser gesagt, die eigentliche Base obendrauf. Da ist ja noch nichts. Ja, das würde ich vielleicht so in der nächsten Folge oder so so langsam mal versuchen anzugehen. Dann ist es auch wieder hell, dann sieht man ein bisschen mehr. Anstatt jetzt da im Dunkeln rum zu experimentieren. Ich bin mal gespannt, was in dem Schatz hier drin ist. Mist, ich hätte mir sollen noch die Lucky Luderbrille mitnehmen. Tudum. Zu spät. Ja. Egal. Nicht so schlimm. Ist ja jetzt nicht so, als wenn wir irgendwie Mangel hätten. Nö, das stimmt. Kommen da jetzt noch die Verbände? Ja, da kommen noch die Verbände raus. Die Olle ist da. Schreitantchen. Ja. Das ist doch deine Freundin. Du hast sie bestimmt wieder eingeladen zur Tupperware-Party. So, was? Am Arsch. Dann sitzt er dann da im Wohnzimmer und lasst euch was von Plastikdosen erklären und häkelt dabei irgendwie einen Winterschal. Ich häkel dir auch gleich mal einen Schal. Mhm. Ist klar. Ja, guck mal hier. 9000 Jetongs. 309 Millimeter Schuss. Nochmal 309 Millimeter Schuss. 30 Schrotpatronen. 80 762. Ein paar Gewehrteile. Ein paar Stahlknüppelteile. 130 Hülsen. Und 400 Schießpulse. GZ. Nett. Nett. Kann man mal machen. So, dann fahren wir noch zum Drops. Irgendwann rennt mir hier hinterher. Da sind ja zwei Drops hintereinander. Das ist doch gut. Da liegen alles voller Air-Drops. Ja gut, wir sind nie irgendwo hingefahren. Hab's abgeholt. Das fällt wahrscheinlich schon seit Ewigkeiten vom Himmel. Ja, ja. Ich glaub auch. Aber interessant, dass der die so nah beieinander geschmissen hat, ja. Boah, wie soll ich denn da mit dem Moped hinkommen? Da ist auch alles scheiße, das hier. Tragen. Du musst es tragen. Ja, ich glaub auch. So, jetzt muss ich aber mal gerade noch was gucken. Ach, das war so ein Baumstumpf. Ich dachte schon, das wär auch ein Air-Drop. So. Dann lese ich mal die zweite Schatzkarte. So, wo ist die denn jetzt? Da drüben. Gut. In der Richtung von dem... Ne, Quatsch. Da drüben. Scheiße. So. Boah, dieses Gelände hier, ey. Das ist echt schlimm. Lass mal ein bisschen Wasser durchkurzeln. Jo. Lass mal Wasser. Und dann... Äh, lass mich nicht, ich denk nach. Klappe. Ja, ich lass dich doch. Lass mich nicht ganz fangen an. Kommentierst das hier und sagst, naja, was auch... Ähm... Ist egal, du hast es nicht verstanden. Aber macht nichts. Ja, deswegen, weil ich mich gerade konzentriere. Lass mich Ruhe. Ja, ist ja gut. Ich halte ja schon die Schnauze. Nein, du fress doch nochmal. Ja, geht doch. Ja, geht doch. Ja, ist so. Sei froh, dass ich mich hier so gut konzentriere und alles vorbereite. Du nach Hause kommst, es ist alles da. Ja, was denn? Munition, Essen, Verbände, Baumaterial. Okay, also eben als ich weg bin, waren 10.000 Beton fertig und 1.000 Pflastersteinblöcke. Wir hatten 300 Verbände und jetzt kommst du. Na, 300 Verbände haben wir nicht. Doch, es war fast eine ganze Reihe voll Verbände eben. Aber die stecken auch nur bis 15, 15, 15, 20, 25, 30. Doch, es war fast eine ganze Reihe. Aber noch nicht 300. Wie zählst du? Ja, 300, wort, 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 im übertragenen Sinne 300. Du übertragenen Sinne. Das ist wie dein Auto, fährt auch im übertragenen Sinne 300. Ah, schön wär's. Auch wenn es es nicht kann. Ich hab's ja probiert, bei 2,40 war Ende. Alter, du warst doch noch voll beladen. Das ist dir bewusst mit meinem Fahrzeug. So, und? Ist doch gut versichert. Ja, das stimmt. Irgendwo gefallen hat's dir trotzdem, ne? Ich wollte halt mal gucken, was so geht. Da dachte ich mir, okay, fährst du mal wie Jule und trittst mal durch. Was? Ich fahr nicht so. Nein. Nein. Nein, nein, nein. 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 Ich werde nie vergessen, als du mich bei unserem ersten Treffen am Bahnhof abgeholt hast und so nervös warst, dass du mit deinem Auto beim Rechtsabbiegen mit der Alufelge den Bürgersteig mitgenommen hast. Äh, ich war gar nicht so nervös und es ist eine blöde Ecke. Ja, ich war total aufgeregt. Ja, ich war total nervös, weil ich mir dachte, Mist, wenn der mich nicht mag, wie wirst du denn am schnellsten los? Dann hättest du mich wieder in den Zug gesetzt. Die Ecke hast du trotzdem mitgenommen. Natürlich habe ich die Ecke mitgenommen, das zweife ich ja auch nicht an, aber wie du es aber darstellst, als wäre ich hier total schweißtriefend, übelzitternd hinter dem Fahrzeug, weißt du so, hinter dem Steuerrad gesessen. Nö, aber du warst halt schon ein bisschen nervös, ne? Du warst auch nervös. Natürlich war ich nervös. Ja. Aber ich musste nicht fahren. Na toll, das warst du ja auch nicht mit Auto da. Wärst du doch gar nicht zurückgefahren mit dem Zug. Nö. Nö. Wär ja auch nicht. Nö, du wärst lieber gleich für immer da geliehen. Äh, könnte sein. Könnte. Ja, ja, vielleicht so. Naja. Ach komm, wir sind doch. War ja okay, ne? Wie? Es war okay. Es war okay. Alles klar. Na, das erste, hab ich verstanden. Das war okay. Das war okay. Äh. Ich hoffe, du fährst gegen irgendeine Miene gegen. Der knackt ja jetzt automatisch die Schlösser, ne? Oder so. Kann das sein? Ja, wenn du schnell E drückst, dann fängt er von alleine an. Ich hab mich grad schon gewundert, weil er stand gerade verschlossen und er macht trotzdem auf. Aber ich hab eben, glaub ich, drei Dietrische gefunden. Ey, ist aufgegangen. Juhu. Oh, fünf Diamanten, achtmal Gold, knapp 300 Schuss, 762, 150 Geschossspitzen, 300 Schießpulver, 250, neun Millimeter, ne Stacheldraht-Mod, Schockstabteile, 260 Hülsen, 60 Schrot. Wo ist die Kiste gar nicht? Doch, es war alles da drin. Und ich habe eben noch ein, zwei Fertigungszeitschriftenpaketkisten gelootet. Die sind noch zu, die hab ich mir noch in der Tasche. Und noch ein Rüstungspaket. Lieber Scholli. Wo ist die alte? Wie, wo ist die alte? Na, die alte. Nach drüben, wieder beim Nachbarn. Die feiern hier im Kreis. Ah, tschüss. Oh, ich fahr rückwärts. Huch. Guck hier so gemütlich auf der Schatzkarte und rolle rückwärts dabei den Berg hinab. Ah, toll. Er ist ja dein Motorrad. Kannst du ruhig kaputt machen. Ja, mach ich auch. Mach doch. Wieder nicht gesprungen. Bin gegen den Baum gefallen. Gefallen vor allen Dingen. Mit dem Motorrad. Seitwärts, oder? Ja, so seitlich. Genau, beim Abstürzen vom Abhang. Beim Abstürzen bin ich gefallen von was? Na, das Gelände hier ist halt nicht so wirklich gut befahrbar. Ich bräuchte eher eine Enduro. Mhm. Man könnte auch sagen, das Gelände hier ist ziemlich beschissen. Na klar. Schiebst du ruhig wieder aufs Gelände. Du kannst dir die Folge ja angegucken. Du guckst ja sowieso alle meine Folgen. Meistens ja. Ja, dann siehst du das ja. Oh, was weiß. Oh, fahr mal rückwärts den Berg runter. Oh, rückwärts Zombies überfahren. Schade. Verfehlen. Hier ist ein schöner See. Oh. Da kommt noch ein bisschen was raus. Ach, Porky, du bist auch eine Granate, ey. Du packst ja Eisen und Lehm rein und ganz viel Kohle. Aber einschalten tust du in den Ofen wohl nicht? Äh, ne, ich dachte, das machst du. Ja. Das ist was du. Nö. Nö. Ja, ich hab gegessen. Du hast mich abgelenkt. Mit was denn? Mit deiner Anwesenheit. Oh. Bitte langsam gehen. Sie rutschen sonst aus. Eieieiei. So, jetzt gucken wir, dass ich hier irgendwie nach Heim komme. Ich weiß gar nicht genau, wo ich langen muss. Auf der Straße. Na, irgendwo da zu den Geschützen da oben auf jeden Fall. Okay. Hatten wir nicht auch schon eine Kettensäge wegen Holz? Äh, wies ich nicht. Ich gucke mal. Ich weiß es nicht. Oder wollte ich eine bauen, hab sie nicht gemacht. Nö, wir haben Nagelpistole, Erdbohrer, Blauenhammer, Drahtwerkzeuge. Wir haben noch eine Laterne und einen Pinsel. Ja, der Pinsel ist er für dich. Ach ja, stimmt ja. Obwohl, du hast ja, du Wohnzimmer hast so schön angemalt. Das sieht doch schick aus. Ja. Ich bin hier noch airdropsel rum. Oh fuck. Oh fuck. Oh fuck. Was denn jetzt? Ach, ich bin irgendwie, ich weiß auch nicht. Brain of car. Brain of car. Ja. Äh. Ob sie, ob sie, ob sie, ob sie. Was ist denn passiert? Ach, ich habe alles, alle Kisten, die ich gerade geöffnet habe, habe ich alles in die Taschen gepackt. Ja, okay. Ja, ich habe volle Taschen jetzt. Aber ist schon wieder zurück. Das ist schön. Ja, okay. Ich habe auch volle Taschen. So, da hinten ist der neue Bunker. Jetzt können wir mal kurz gucken gehen, hier im Hellen, wie das aussieht, hier. Die Nacht ist ja so ewig lang hier. Da drauf und dann wird's. Boah, ich habe es geahnt. Was machst du denn schon wieder kaputt? Ich bin mit dem scheiß Moped in die Eisenmine gefallen. Ach Gott. Nee, was ist das hier? Kohle. Mhm, mhm. Ach, Porky, mit dir. Ja, das Problem ist, ich kann das Moped nicht aufnehmen. Ich komme zu dir. Moment. Oder? Warte mal. Doch. Doch, ich kann es aufnehmen. Jetzt bin ich schon da. Ja, macht nix. Du kannst mich ruhig abholen, hier. Ich bin da. Wir müssen halt hier entweder, entweder wir machen es zu, oder wir müssen hier irgendwas abstecken und ein paar Fackeln hinhängen. Du siehst das einfach nicht. Wenn's dunkel ist, du siehst dieses Loch hier einfach nicht. Mhm. Na, komm mit. Ein Wunder, dass die Holzkisten da gerade gehalten haben, wo du da drüber gefahren bist. Ja, ich fahr ja auch. So, sind wir deswegen leichter, oder was? Nee, klar, Mann. Aha. Alles klar. Alles klar. So, ähm. Guck mal, äh, willst du die gerne aufmachen, hier, die? Ich mach mal auf. Mach mal auf. Ich pack mal hier noch ein paar Sachen rein. Oh, ja. Ich glaub, das hast du alles schon. So, relativ viel Munitioners. Also, es ist Big Hitters, Shotgun Wheatley, Armored Up, Forge Ahead, lese ich schon mal, und Tactical Warfare. Weiß nicht, ich weiß nicht, ob du das noch lesen magst. Ähm. Ich muss gerade gucken, äh, Handfeuerwaffen, Rifle World, ich weiß nicht, Maschinengewehre, aber Tactical Warfare, ja. Die könntest du mir geben. Da fehlen mir noch 20. Ah, dann. Dann kann ich uns nochmal, dann kann ich uns ne M60 bauen. Ach, dann liest du doch, wenn du dich schon hast, wenn nicht, gibst du mir gleich wieder. Das kannst du lesen. Ja. Das kannst du lesen. Ja. So, taktisches Sturmgewehr, Stufe 3. Cool. Cool. Denk dran, liegen Frames. Da müssen wir mal kurz gucken. Die kommt sonst hier reinmarschiert. Ah, die ist oben. Wo ist sie denn? Gewesen. Die war schon oben gewesen. Mhm, mhm. Ja, ich nehm mal die Frames weg, ja? Ja, nimm sie weg. Fall ich halt wieder aufs Maul. Du kannst doch springen. Nein, ich kann nicht springen, ich bin zu fett. Ja, was denn? Ich lache doch gar nicht. Ich freue mich, dass heute schönes Wetter war. Ja, ich, äh, krieg's gleich schön Wetter ein. Ja? Ja, du kriegst gleich schön Wetter. Geil. So, du hast jetzt 54 Dietriche in deiner Kiste. Reicht der das? Lol. Ich mein ja nur. Könnt ja sein, dass du noch irgendwie... Ich hab nie welche mitgenommen, weil du mal gesagt hast, ne, wir brauchen keine mehr. Und das ist so viel. Wir brauchen ja auch keine. Wofür brauchen wir noch einen Dietrich? Äh, weiß ich nicht. Falls geht. Ich auch nicht. Ja, einfach, weil's geht. Können die ja von mir aus auch einschmelzen. Oder? Was sind die Dietriche wert? 1000. Ne, wir schmelzen sie nicht ein. Aber... Ne, der Händler hat noch zu. Schade. So, wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Ähm, das hat hier, da hatte ich ja blöderweise vergessen einzuschalten. Dann schalte ich mal raus. Ich halte es wieder ein. So. So. Äh, ja, dann würde ich mich vielleicht dran machen und versuchen, ein bisschen Eisen zu besorgen, hä? Mach mal. Dann mach ich das. Ah, ja. Ich mach das. Aber erst in der nächsten Folge. Okay, alles klar. Wir brauchen auf jeden Fall Eisen. Eisen. Gut, dann, ähm, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Und, äh, nächste Folge dann ein bisschen Eisen besorgen. Und dann können wir... Vielleicht schon umziehen. Ja. Oder? Ja. Na, theoretisch. Können wir das auf jeden Fall angehen. Ja, so, vielleicht. Ja, ich denk schon. Schauen wir doch mal. Cool. Okay. Na dann, bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.